So meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir sind mal wieder die Flüchtenden und der Killer ist heute der Sergeant Möller. Willkommen Freunde. Mein flüchtender, äh, flüchtender Kollege ist der Aaron, Spielebibliothek. Moin, moin. Und, guck mal da unten in die linke Ecke, wer ist denn da? Wer steht denn da in der Mitte? Der Rivado ist wieder am Start. Ja, hallo, hey. Party, Party bei mir zu Hause, willkommen vorbei. Alles klar. Okay, ich habe ein bisschen Angst jetzt. Weil diese Pappnase hat einen Geist. Ach nein, bitte. Also ich spiele das ja jetzt zum ersten Mal und muss mich das mal einleben. Hau ab, renn doch, du Esel. Hau ab. Ich habe noch Kinder und Frauen. Äh, ja doch. Also bei Generatoren machen, ne, musst du, ähm, Maustaste 1 halten und da musst du immer so ein Geräusch abhalten. Nein, was machst du? Und dann siehst du dann so einen Kreis und da musst du dann Space in den Kreis an einer bestimmten Stelle drücken. Also, äh, Leertaste. Okay. Kann ich in den Schrank reingehen? Bitte? Ja, mit, äh, Leertaste. Ah. Nein. Bitte. Bitte. Danke. Mach auf, Alter. Wer hat heute Schrankdienst? Nein. Ah, da hinten hängt einer, ne, und das heißt dann, den kann man retten zum Beispiel. Den kann ich dir retten, genau. Aber dann mach ich nicht, hab ich keine Lust drauf. Äh. Ich hab grad so einen hässlichen Killer gesehen. Dieser Richterzinger. Kann ich auch springen, eigentlich, in dem Spiel? Nö. Wolltestin, du springen? Ah, weg, 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 Laure, mein Liebes. Boah, Alter, warum hört man, wenn der Revan und schreit, dann hört man alles kaputt. Wir sind mit, wir own nicht. Wir haben mit, wir own nicht. Ich hab dich gerettet, ne. Das darfst du jetzt sagen, wir haben doch den Killer mit im Reinen. Achso. Na ja, er ist mir schon hinterher gerannt Boah, ich hab hier wieder die Flügel, die geht mir auf den Sack Ey, Mann, such dir doch mal ein anderes Opfer Du Opfer Alter, hau ab Alter, stinkst du, Alter, Ruhe Ähm, was ist denn, was kann ich mit diesem Material in den Kisten machen? Du kannst, äh, kriegst du immer irgendwelche Sachen Ja, musst du gucken, musst du, die Kisten, ich weiß nicht, was du rausgeholt hast Nein, 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 nein Stehen genau. Oh nein, lauf, 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 lauf. Nein, was machst du? Alter. Okay. Ah ja. Hilfe. Halloween ist doch schon vorbei. Was macht ihr? Wo seid ihr? Ich weiß das auch noch nicht so genau. Ich wünschte ich wäre Flash. Wisst ihr das? Zum. Das Geile ist bei dem Spiel, dann kommen später neue Killer und neue Typen dazu. Ach, jetzt raffe ich das. Da ist so ein Minispiel manchmal, da ist so ein Uhrzeiger. Da muss ich den richtigen Moment drücken. Ja genau. Alter. Also Aaron ist jetzt sowieso... Aaron ist jetzt sowieso des Todes? Nein, komm, Wiggle. Wiggle daneben, Alter. Ich auch? Ja, wenn der jetzt... Da hängt jetzt schon das zweite Mal am Haken, glaube ich, das dritte Mal. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Nein. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich so die Sachen in meiner Hand wechseln kann. Hast du denn den Recover? Recover kannst du dich so weit wieder aufregenerieren, dass man bloß hinkommt, brauche ich kurz zu drücken, weißt du? Onkel? Ja. Die Sachen hier, die im Inventar, wie kann man die denn wechseln? Die kannst du nicht wechseln. Achso, also hast du immer irgendwas in der Hand. Genau, du kannst die höchstens wechseln, wenn du eine Kiste gehst, dann hast du was anderes, dann kannst du die irgendwie weg, aber das habe ich auch noch nicht erlebt. Was ist das für ein Spiel? Ich habe mich freigeregelt, ich muss weiter regeln, hä? Ah, ich vergesse die Taste immer. Scheiße. Ich muss weiter, naja. Ich gucke von oben zu. Bist du jetzt ein Geist? Nee, ich bin tot. Zuschauer ist jetzt Zuschauer. Hm. Warum können wir uns denn nicht wehren? Wir können doch wenigstens treten und schlagen. Nee, das macht es auch nicht so spannender. Äh, Rimbano? Öp, äh, nicht so, äh, nicht immer rennen. So, der riecht mich da, ne? Ja. Ja, aber das sieht es, wo du lang rennst. Selber. Kann man sich auch hinlegen? Nö. Robben? Nein. Man kann sich aber ganz klein und krass drucken. Ja, das geht. Ich habe ihn aufgetaucht, äh, er ist aufgetaucht. Schau mal. Ich habe ihn aufgetaucht. Okay, die Taschenlampe, die Taschenlampe kannst du wenigstens wieder sichtbar machen. Dreht euch nicht um. Sarging geht herum. Ja, so ungefähr. So, lucken, was der Franke macht. Okay. Okay. Eine Minikarte gibt es nicht, ne? Kann man aber irgendwie, glaube ich, hochleveln oder so für eine Karte? Mhm. Das ist doch gut. So, wenn du in deinem Arm umfasst, wenn Adi Adi Adi. Adi 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 Adi, Adi 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 Adi. Adi c. Der Geiss, Alter… Ja, ich war gerade… wenn du das machst, verlierst du mehr Anzeige, Lebens-Pointe. Ach so, also soll man gar keinen Fluchtversuch machen? Ne, nur wenn da auch Kampf steht. Voll, wozu geben sie mir die Option? Ja, also wenn du alleine bist, kannst du dich... Jetzt. Ja, ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe. Was ist denn da viel Vieh? Ist ja mega übel. Nein, nein. Das ist ein Haustier. Ja. Ihr könntet mir Informationen geben, ob der noch bei dir ist oder so, du siehst es doch. Ne. Ne. Der ist weggegangen. Ich kämpfe hier gegen Mega-Man. Fuck dich, Mann! Scheißgeist! Na eins weiß ich, wenn ich hier das Spiel vorbei ist, brauche ich eine neue Tastatur mit der Leertaste. Soll ich dir meine Runde verschicken? Holst du immer aus oder was? Ja, zwei Millionen mal klicken hier. Kann ich das Ding auch besiegen oder kann ich es nur rauszüllen? Ach, Mann. Zühl das raus, zühl das raus, es gibt Zeit. Ja, hab ich, hab ich. Ja, ich bin tot. Soll ich per Post meine Leertaste zu dir schicken? Ja, nur die Leertaste bitte. Okay. Okay. Ey. Uff. Geopfert. Okay. Du kannst jetzt die Lücke suchen. Kannst jetzt die Lücke suchen. Ich weiß. Okay, jetzt kann ich euch ein bisschen boberen. Oder ich mach die Generatoren. Oder so. Ja, ich hasse diesen Geist. Ist halt Caspar der Geist, ne? Caspar der Geist, ne? er will doch nur tanzen mit ihr er macht die geisterjagd jetzt werde ghostbusters nicht das lust ne echt ja auf jeden fall die kommt ja bald im kino obwohl die so viele dislikes haben ich glaube nicht dass das schlecht wird aber es ist natürlich auch klar dass die alten obwohl man die gerne gesehen hätte natürlich die waren so cool damals aber die frage ist nachdem wer bock auf geister hat noch das spiel was für killer gibt es eigentlich er kettensäge so einer der fallen stellen kann und halt dieser geist nur drei stück ich bin beim ausgang also bei luke ach mann du nervst Camper Camper Goat YES BABY YEAHAAAH geil du hast Glück ich wollte mich gerade wieder zurück verwandeln das ist aber richtig Glück ja das ist halt der nachteil am geist wenn du unsichtbar bist kannst du nix machen warum hast du denn nur so wenig punkte gehabt da stehen jetzt die punkte ich hab 6000 ja aber die punkte kriegst du sowieso nicht also das spielt keine rolle ach so das ist einfach nur die punkte kriegst du online wenn du gegen freunde spielst kriegst du das gar nicht kannst du dich auch nicht leveln oder sonst irgendwas aber deine perks gehen auch nicht flöten das ist gut Gruppe verlassen ne nein nein äh Satz richtig so liebe freunde herzlich willkommen zurück zu dead by daylight und wiederum mit am start ist natürlich der Revan oder der Aron Spielebibliothek und der Killer der Satzchen Servus Revanu bist du das? ah ja äh fück dich mal wir machen Wicknick Anjo Hilfe Hilfe Killer wo bist du? hehehe Halt warte hast du schon mal nen Liebesbrief geöffnet? hehehe Killer komm schon ich bin hier hehehe hehehe tu es hehehe wir können doch endlich in der alten hehehe hehehe schon mal gesehen wie einer freiwillig oder ein bisschen in eine kreisige rand ist hehehe ok gut du Dud Berater Rend Speaker Du Duист du lebe aber sehr liar prüfte auch haben wir mal ohne Supreme degree her bis wenn man Lauf, renn weg! Ja, ich bin gelaufen, aber... Ist der Baumstilfe geblieben? Der Möller hört uns, das heißt wir müssen... Ach Mensch, diese Scheißfliege! Leute, ich versuch den grad ein bisschen zu dissen. Mach das. Ja, ja, sagt meiner, ja! Och Mann! Oh Mann, er ist traurig. So, ich häng. Ja, warte. Er hat Fallen aufgebaut, Achtung. Da baut sich irgendwie so ein hässliches Vieh auf. Nein! Bin ich jetzt erschrocken! Haha! Fuck, 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 Fuck! Fuck, 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 Fuck! Oh, das bringt uns noch die Rüde nix! Hallo, Romano. Ich häng schon neben dir ab. Hey, ich versuch' gerade! Fluchtversuch ist der größte Fehler den du machen kannst. Aber ich geh mal in den Himmel auf, das ist doch ein schöner Tod. Äh. Hi. Bitte. Nein. Du blöde Falle. Ach komm. Nein. Bitte. Ey wir können über alles reden. Ja ich guck grad zu. Oh boah das war ja ne Abfertigung. Okay geh. Nein. Ey Manu ich brauch deine Kraft. Gib mir Kraft. Ja gib ich. Hallo. Ich guck vom Himmel aus zu. Ja. Ja bisschen. Ja jetzt gibt es keinen mehr der dich retten kann. Scheiße. Okay mach deinen Weg. Lass mich im Stich. Hahaha so brauchst du gar nicht zu kommen freuen. Lass mich im Stich. Tja und dein Ikea Schrank ist nirgends so einer. Blut wenn man einen Ikea Schrank hat. Hehehe. Äh. 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 Oh nein. Pass auf. Fadde ne. Oh nein. Warum können wir uns nicht tarn ich will mich auch tarnen. Ja. Nein. Komm werde ich. Junge lass dich. Du schaffst das ich schau zu ich will das sehen. Ich glaub meine Tastatur ist zu laut. Jaja. Das macht gar nix. Reiß drauf. Komm. Ich schaff. Ich glaub an dir Brillenträger. Hehehe. Los. Du bist nirg. Du weißt doch alles. Mal komm. Also ich glaub dass dieser Tod nicht nett ist. Nein. Nee. Komm. Nein. Nein 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 nein. Oh shit. Oh nein. 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 Hat. Hat jemand Hunger auf Schweße. Ob wir uns auch so auflösen werden wenn wir sterben. Hehehe. Ist sicher. Ach so. Ja. Oh shit ey. Ah. Geopfert. Oh ich war so aufgeregt dass ich nicht mehr wusste was machen. Hehehe. Dann kommen wir drunter. Hehehe. Ne. Alter ich find das so lustig wie du so zappelst auf seinem Rücken so also wenn der dich rumschleppt. Hehehe. Guck mal wie er uns echt alle runter bringt. Naja ist der beste Weg ne. Ja. Kann der Killer auch in seinen eigenen Fallen rennen? Nein. Also ganz knapp davor. Ja. Der Killer kann auch in seinen eigenen Fallen rennen. So läuft das Freunde wenn man mal konzentriert ist und die einfach nur am quatschen sind kriegt man alle runter in den Keller. Hehehe. Ja. Das war. Das war jetzt zu abgelenkt von allen. Hehehe. 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 Knutschen sie sich im Wald und so einen Scheiß. Hehehe. 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 Ja ich wollte sterben. Hehehe. Hehehe. Boah. Ach herrlich. Hehehe. Hehehe. Ja wie ihr schon hört Rewano war auch am Start und der ist diesmal der Killer. Also wir haben es jetzt etwas leichter aber er ist jetzt zum ersten Mal Killer. Oh ja. Und nein der hat den Geist genommen verfickte Scheiße. Du bist? Echt? Ich bin hier. Ja. Geil. Geil die Sicht. Oh Gott ist das geil. Oh schön. Sehr schön. Sag es mir wo? Hä? Wo bist denn gerade Rewano? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin auf dieser Karte. Ich weiß nicht was diese Karte mir jetzt anzeigt. Die Karte zeigt mir irgendwie gar nichts an. Hallo Rewano. Hi. Ah. Gibt es eigentlich für mich auch ein Geräusch wenn ihr in der Nähe seid? Nein. Was meiner dann sagt. Hehehehe da sind sie oder so irgendwie. Nein. Weil ihr habt ihr Herzklopfen. Ja wenn du uns dann gesehen hast einmal dann gibt es vielleicht ja die Musik die spannende. Aber auch nicht wenn du als Geist bist. Nein. Ach Nöller ey. Kriegst du das Gebein? Hehehehe. Da ist er. Pass auf. Renn weg. Da ist er. Sagst du so laut. Jetzt weisst er das. Na klar. Das steht doch hinter uns. Hehehehe. Mutti. Schau auf Spieße heute. Nein. Ah. 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 Ahem. Ich meinte hi. Hehehehe. Ist es yellow? Schweres Ding du. Muss ich erstmal schleppen jetzt. Ach guck mal an. Green. Ah ja, das ist doch schön. Ah, du Sau, du. Oh ja. Ach, Ivano. Bist du das? Bist du ruhig, Ivano? Bist du blöd? Ivano, du hast einfach die Fehler verboten. Green, green, green. Yellow. Yellow, yellow. Hallo? Was? Hallo? Wirdst du mich verarschen? Stopp. Alter. Kann mich gar nicht dupen. Natürlich kann sie dich nicht dupen. Wie lang muss ich nicht dupen? Red. Oh, fuck. Ey, was ist das denn geil? Der geht fester. Blau ist. Nein. Los, rennt um euer Leben. Spring doch rüber, Alter. Alter. Seht ihr alle noch da? Ja. Ja, ja, ja. Alter. Das war jetzt ne Aktion, Alter. Puh. Ich hab wieder den Harry Potter Umhang an. Alter, Alter. Oh Mann, Gott, diese scheiß Flieger hier. Ich krieg die aber auch nicht. Som, som, som. Und immer drauf achten, ne? Ihr könnt ja auch nach der Klappe und so gucken. Jetzt schon? Na, sowieso. Wenn ihr sie findet, dann merkt euch. Weil wenn ihr dann so weit seid, dann... Das ist ja dann bloß noch, wenn der letzte da ist. Geht herum. Na, ist schon geil. Boah, ist die Mapo, ist das ja Wahnsinn. Oh, ich war nur Hup, ey, Alter. Oh, Mann, bitte. Oh, das war eben ein Akt. Alter, Alter. Nee, nee. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, hier da. Naja, mach doch. Alter, Alter. Gott, verdammt hast du Spaß. Wah, fuck. Jaa. Sehr Mostly, sehr, sehr... Fuck go, 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 go. Hahaha. Diesen Drecks어� Zoho. Ich seh' dich. Boah, Alter, ich zitter schoum ganz leid. Mein terral, ey. Der geht durch die scheiß Fenster wie so ne Dame ey. Dresden ich sehe die ich halte mich zu besuchen und zum Beispiel von meiner Läden die ich als Fenster bis eine Dame ich glaube ich ist und wurde in den Städten die Entschuldigung für das Geschreie aber muss halt da mit drin ich glaube wenn wir gespüßt werden ja Ach, Quatsch. Nein! Er ist noch hier, er ist noch hier, er ist noch hier. Er ist immer noch hier, kommt zurück. Er trottelt hier um mich rum, die Drecksau. Ja, aber ihr macht es gut, macht euer Zeug, macht die Generatoren, dann könnt ihr flüchten. Ist nur noch einer. Da sind wir noch hier, er guckt mir die ganze Zeit dämlich zu. Ach, Herr Wahnsinn. Warum kommt so sowas an? Er muss sterben. Er muss? Er muss. Quatsch. Kann man dich überreden? Ich geb den Funger. Ja. Oder lieber ein Zehn ab. Er guckt mir grad zu, wie ich sterb mache. Mann, mach hin! Mann, was ist denn mit meinen Alien? Fieders am Arsch. Macht die Generatoren, macht die Generatoren, macht die Generatoren. Was bin ich in Frieden? Da ist immer mehr und ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Halt nur auf, weil du die ganze Zeit nehmen musst du nicht. Da steht nämlich die ganze Zeit neben mir. Da, kleiner Nasenbär. Nein! Ich schreie aber auf, wie ein Mädel im Moment wird. Guck mal hin mir auf. Ah, so, jetzt guck ich mir mal. Ich konnte schon irgendwas entdecken. Nein. So. Die müssen doch so sich bewegen, wenn die aktiviert sind, die Generatoren, ne? Vielleicht. Ne, die müssen beleuchtet sein, dann sind sie aktiviert. Na, das sehe ich nicht. Ansonsten, ansonsten, ansonsten sind sie nur, äh, ja, ansonsten bewegen sich nur die Stösel da oben. Kling-Klong. Ja, da war nur. Gar nicht so einfach als Killer, ne? Ne, ist cool, aber es ist, äh, gar nicht wirklich so einfach, jemanden zu finden. Aber eine mit der längsten Runden, die wir bis jetzt gemacht haben? Mach doch Spaß, das ist schön. Ja, ist richtig. Hast du einen? Ne, nein, nicht. Nie ist es, ja. Kann man in die Schränke, kann man auch reingucken, ne? Ja. Ah, dafür darfst du nicht, äh, unsichtbar sein. Ah, leider. Grün? Möder? Ah, gut, ja, ich hab. Ah, nee, falsch. Ja, ist schon an. Gut. Hey. Der gar nicht, wo seid ihr? Im Spiel, und du? Hm? Ich spiel noch ein anderes nebenbei. Ah, Mann. Okay, ja, ist bei mir. Mach was, mach was, mach was. Hau ab, hau ab. Ne, ich komm klar, ich mach, äh, Timeplay. Pass auf, pass auf. Okay. Oh. Noch ein Generator. Noch ein Generator. Gut, er hat mich. Oh nein, 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 nein. Nein, nein. Alles safe. Wo ist denn der Möder? Wo ist denn der? Der ist ganz hinten, ganz hinten. Da, wo du, wo ich denke, wo du bist. Einfach nach hinten. Hä? Ja, weiß nicht. Wo ist denn der? Er hat Schluss gewickelt. Ja, gut. Sehr schön. Liegt der da nicht normalerweise? Oder kannst du sofort wegrennen? Da kannst du sofort wegrennen. Wo ist der? Nein! Nein! Geil, ist das geil. Kann ich die sofort packen? Nein. Geile Perle. Die hau ich jetzt erstmal weg. Hör auf rumzuzappeln. Nein! Ich hab gesagt, dass er es hängt. Nein, 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 nein. Die schlöne da war doch. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ist er bei dir? Ja. Also ich höre den Herzklopfen. Das Herzklopfen. Ich will nicht wissen, wie oft ich mich versprochen habe, während ich hier Angst hatte. Ah ja. Ah ja. Ja, ganz leichtes Herzklopfen nur noch. Ja, Mütter, genau. Du hörst dich. Nein, 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 nein. Den Kompressor. Äh, den Generator. Mein Gott. Ich sag jedes Mal Kompressor. Ja, komm. Komm, der Generator ist gleich fertig. Du brauchst nicht mehr viel. Ne, ja. Ich hab's da am Haken. Nein. Dern. Der ist bei mir. Ich weiß, genau. Ja. Mach ein bisschen Den Generator. Er hat noch ein bisschen... Ja, Mach Generator. Er macht auf Zeit. Achtung, Herzschlag ist weg. Uh oh. Oh nein. Ah nein. Mann komm 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 komm. Nein 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 nein. Nein 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 nein. G'bliebui! Also genau zu schien. Ist er bei Sargent? Ja? Ja, ja, ja. Oh oh. Oh oh oh, Sargent da über 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 das! Ach, Mist. Boah, Alter. Nächstes Mal machte bitte den Hafen sauber. Dauer. Du kannst doch nicht so. Du machst überall Geräusche. Wo bist du? Jetzt kannst du die Luke finden. Ja, ich gehe jetzt hin. Weißt du, die ist... Ja, du weißt sogar. Ja. Alter. Komm schon. Wo war die jetzt? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm, komm, komm. Ich glaube, du musst die... Bitte, spiel. Wo ist die Luke? Verdammt. Wo ist der Sack? Wo ist der Sack? Ich weiß auch nicht mal, welche Luke. Da gibt es eine Bodenluke. Die kann er jetzt finden, wenn er alleine ist. Und zwei Generatoren an sind insgesamt. Oder nur ein... Keine Ahnung. Sieht man auf jeden Fall unten links in der Anzeige. Ob, bin die mir nicht angezeigt. Ich will die auch sehen. Nee, da sehe ich die Luke auch nicht. Die ist immer irgendwo im Level. Also die ist nicht immer an der gleichen Stelle. Das ist ja das Schwierige drauf. Das ist gut. Das ist gut. Alter. Ja, 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 ja. Nein, nein. So. Ja. Ah, ich sehe keine Luke. Knallerter Sieg steht bei mir. Alter, alter, alter. Super, super, super. Der Geist. Alter, alter. Geilo. Opfer. 9000 Punkte. Cool, hat Spaß gemacht, ja. Du bist jetzt nochmal Killer. War das die erste Folge? Ja, ja, da hat er so lange gebraucht. Ach so.